Und ein Moinzen zum Stadionflock gegen Hannover 96. Ich bin mir jetzt absolut nicht mehr vollständig vorhanden. Und ein Moinzen zum Stadionflock gegen Hannover 96. Ja, neue Saison, neue Liga und ein neues Setup. Struktur bleibt relativ gleich. Letztes Spiel, gut, letztes Punktspiel war das Auswärtsrückspiel bei Union Berlin. Und das letzte Spiel von uns war jetzt das Testspiel gegen Freiburg. Zum Gegner können wir auch schon mehr sagen. Hannover 96 mit uns abgestiegen. Da könnte es heute Abend ein richtig gutes Spiel geben. Eines der Top-Spiele der zweiten Liga dieser Saison. Direkt am Anfang, Freitagabend, Eröffnungsspiel. Bomben Ding. Kulisse wird hoffentlich auch stark. Über 50.000. Muss man dazu sagen, 60k werden nicht reinpassen. Weil Hannover meines Wissens nicht das komplette Auswärtskontingent ausschöpfen wird. Aber es wird trotzdem geil. Wir haben wieder neue Dauerkartenplätze. Beziehungsweise neue, aber altbekannte Dauerkartenplätze. Also hoffen wir mal sehr. Es ist ja wieder ein Ratespiel. Vor allem jetzt hier erstes Spieltag ist das Ratespiel des Todes. Weil Hannover hat einen neuen Trainer. Wir haben einen neuen Trainer. Riesenumbrüche bei uns beiden. Ein komplett neues Team aufgebaut. Also da kann man noch nicht groß was erwarten. Aber es ist natürlich ganz cool, direkt mal ein Zeichen zu setzen. Und am besten mit einem Heimsieg reinzustarten. Und auf jeden Fall mal nicht zu verlieren. Wurde schon gesagt, mit dem System kann durchaus mal hier und da ein Ausrutscher kommen. Es ist ja so, ich will jetzt nicht zorniger Vergleich setzen, aber halt ein Offensivstil. Kann gut sein, dass du mal ein bisschen doof ausgekontert wirst. Dass manchen Spielen nicht funktioniert. Hoffentlich funktioniert heute. Geht jetzt, ja, so mehr oder weniger. Nehmen wir noch ein bisschen was von einer Karawane mit vermutlich. Dann geht's ab ins Stadion. Ich hab Bock, Jungs. Und dann sehen wir uns dort. Ich hab Bock, Jungs. Ich hab Bock, Jungs. Das war's für heute. Was geht bei dem nun, Alter? Was geht bei dem? Was geht bei dem nun, Alter? 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 Ich lasse dich niemals allein, du bist ewig mein Verein. Wir werden niemals untergehen, solange unsere Panette weht. Oh Gott, ihr Arme, Alter! Steht fünf Minuten auf dem Platz. Die arme Sau, Alter! Ja, guck, da kommen wir halt, Junge! Scheiß drauf, passiert, die Tension war gut! Junge auf den Fisch, Junge auf den Fisch, hier schüttelt's, Alter! Junge auf den Fisch, Junge auf den Fisch, hier schüttelt's, Alter! Ja, so, was geht vom Felsen? Das war der? Das war der? 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 Wir werden niemals untergehen, solange wir uns im Falle drehen. 1893, 1893, 1893, überlagend! Und dann sind wir zurück vom Spiel, was für ein Teil. Kommen wir direkt zu dem Teil mit das Spiel. Man hört es vielleicht, Stimme ist absolut nicht mehr vollständig vorhanden. Spiel war über weite Strecken ordentlich, man kann sowieso nicht bewerten, wenn man nicht weiß, wie es im Bestfall aussehen kann, das Spiel, weil man schon relativ ausreichend gespielt hat. Anfang masks Hannover haben wir ein paar gute Chancen, Wir mussten wirklich echt erst in das Spiel reinkommen. Und dann gab es echt Ansätze, so dieses Zikitaka-Spiel, dieses Passspiel, das hat schon echt coole Ansätze gebracht. Zeitweise hat es mir echt richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Schön in Kiste Gomez, Volley genommen, Tropflange Sosa. Dann schlägt sich der Zieler quasi den auch gut getretenen Freistoß quasi selber ins Tor rein. Und dann, ja, der arme Avuccia, crash durch das Ding erstmal selber ins Tor rein. Da auch direkt die Reaktion von der Kurve, ihn gepusht und so eine total geile Aktion. Gab es noch die gelb-rote Karte für Hannover. Habe jetzt in den Sommer die Highlights gesehen, fand ich okay. Die gegen uns, da war halt absolut nichts. Also es war wirklich, nochmals, I-Typ ist hierhin auf einem echt richtig unglücklichen Auftritt von und für Avuccia und sein Profi-Debüt. Aber das war halt nie im Leben, der gelb-rote Karte, der macht halt nichts. Passiert halt einfach null in der Situation. Bester oder Beste-Spieler, Sosa gehört auf jeden Fall dazu. Dazu stark fand ich Karasor, der hat wirklich in vielen Situationen echt diese absolute Ruhe am Ball ausgestrahlt. Das fand ich sehr angenehm. Stänze fand ich auch schon in der Vorbereitung sehr gut. Als Rechtsverteiger haben wir einen guten Mann geholt, auch wenn er nur ausgeliehen ist. Und Gomez vorne hat auch ein ganz aufwendiges Spiel geführt, auch ein Didavi. Als er reinkam, war ein Klement auffällig. Und auch ein Mangala hat schon noch ein paar Bälle abgeschirmt. Also war jetzt keiner, der mir irgendwie negativ aufgefallen ist oder so. Alles eine sehr, sehr runde Leistung. Macht Hoffnung auf mehr. Tabelle, gut, kann man jetzt sowieso nicht großartig viel sagen. Sind jetzt halt gerade Mai 1, weil nur ein Spiel gespielt ist. Vom ganzen Spieltag, vom ganzen ersten Spieltag. Ja, ich hoffe, wir werden es ja irgendwie über diese sehr lange, auf diesem 1 bis 3 bleiben. Und dann bitte auch nicht mehr irgendwie doof abrutschen. Der HSV letzte Saison zum Beispiel, die da jetzt ewig auf Platz 1 war. Noch zeitweise sehr weit weg von Köln. Und irgendwann am Ende weg, glaube ich, auf Platz 4 geendet sind. Also das wäre echt ganz, ganz bittere Pille. Aber es macht auf jeden Fall Hoffnung und Bock, was heute gelaufen ist. Spieler auch, also ganz gemein, allgemeine Bild, VfB macht Bock zur Zeit. Stadion pickepacke voll. Bombenstimmung, das werden wir heute aufgestiegen. Also wirklich ganz krass, dass die Fans wieder abgeliefert haben. Und dann auch diese Fan-Nähe kamen jetzt die paar Spieler unten quasi bei uns in der Kalientribüne ran. Und haben hier ein paar Trikots verteilt, Handshakes verteilt und so mit Rollstuhlfahrern und Konsorten. Der Al-Ghadawi wurde quasi in die Kurve gebeten, hat da Handshake und Smarter kurz geführt. Also es macht schon einen sehr roten Eindruck bisher. Hoffentlich können wir es aufbeheben. Es war kein perfektes Spiel, aber man hat die Ansätze gesehen und dass es funktionieren kann. 2-1 meines Erachtens nach verdient gewonnen. Und dann sehen wir weiter. Heidelheim nächste Woche wird nicht einfach. Aber wir sind immer Favorit, haben ein starkes Team. Wenn es so weiterläuft, bin ich ja sehr optimistisch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.